Auf dem Platz können sich manchmal die Zuschauer oder auch die Spieler nicht benehmen. Das ist leider so. Natürlich, ich will jetzt hier nicht sagen, dass die Schiedsrichterei immer einfach ist und ich laufe ein bisschen über den Platz und puste mal in die Pfeife. Fußball interessiert war ich, habe selber Fußball gespielt. Mein Papa war mal Schiedsrichter. Mein Onkel ist Bundesliga-Schiedsrichter und mein kleinster Bruder, der ist auch Schiedsrichter. Ohne die Schiedsrichterei werden wir wahrscheinlich kein Ehepaar geworden. Untertitelung des ZDF, 2020